Das ist Eva. Eva ist auf der Suche nach einem unkomplizierten Nebenverdienst. Und weil sie von den Provin-Produkten total begeistert ist, möchte sie bei uns Vertriebspartnerin werden. Provin ist ein Direktvertrieb, der seit 1995 mit stetig wachsendem Erfolg am Markt ist. Mit unseren Sparten Symbiontische Reinigung, Natural Wellness und Best Friends überzeugen wir in vielen Bereichen des Lebens. Als Vertriebspartner stellt Eva diese Produkte bei ihren Kunden vor. Entweder bei einer Party zu Hause oder online. Und wird so zu unserer Markenbotschafterin. Für jeden Verkauf erhält sie eine Provision. Eva profitiert dabei von allen Vorteilen einer selbstständigen Tätigkeit. Sie bestimmt ganz flexibel, wann und in welchem Umfang sie arbeiten möchte. Ebenso, dass der Job zu ihrem Leben passt. Gleichzeitig hat sie mit uns einen starken Partner an ihrer Seite und bei Fragen hilft ihr großes Team jederzeit weiter. Darauf können sich all unsere Vertriebspartner verlassen. Bei Provin steht der Mensch im Mittelpunkt. Deshalb gibt es bei uns keine Abnahmeverpflichtungen. Eva muss sich kein Warenlager anlegen oder gar Mindestumsätze erreichen. Auch ihre Rechnung zahlt Eva erst zwei Wochen nach Erhalt der Ware. Der Einstieg bei uns ist völlig unkompliziert möglich. In der Provin-Akademie erfährt Eva beim Startseminar alles, was sie zu Provin und den Produkten wissen muss. Und das kostenlos. Auch das geht entweder vor Ort oder ganz bequem online. Dank des transparenten Provisionssystems weiß Eva auch jederzeit, was sie in ihren Verkäufen verdient. Und falls sie irgendwann mehr Zeit investieren möchte, kann aus diesem Nebenverdienst eine richtige Karriere werden. Besonders gute Leistungen werden natürlich auch besonders belohnt. Mit kostenfreien Seminaren, attraktiven Incentives und vielem mehr. Auch neugierig geworden? Dann vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit Ihrer Provin-Beratung. Provin – Willkommen in der Familie!